Valve 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 Powered by Source Portal 2 Bing und herzlich willkommen bei Portal 2 Das ist der dritte Anlauf weil alle anderen Anläufe haben nicht funktioniert Oh wir Glücklichen Ja Ist alles so geblieben wie ich es eingestellt habe Ich habe es mal ein bisschen runter gestellt Bei meiner ersten Aufnahme hat es so übelst geleckt Einzelspieler spielen Neues Spiel natürlich Wir fangen von ganz von vorne an Und ich klicke da mal auf starten Ladebildschirm Interessant Ja ich will jetzt hier gar nichts vorweg nehmen Auch für die Leute die Portal 1 eventuell schon kennen Sondern fangen mal ganz Dumm und unwissend hier an Beziehungsweise tue ich so Als wäre ich dumm und unwissend in diesem Spiel Und uns erwartet jetzt der weiße Bildschirm Viel Spaß Guten Morgen Ihr Hüberschrank dauerte 50 Tage Im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen müssen alle Weitmatches Science Test Subjekte ein regelmäßiges verpflichtendes Fitness- und Wellness-Training absordieren Hui Sie hören jetzt an dem Wasser Wenn Sie den Wasser hören sehen Sie zur Decke Lüt Gut Sie hören jetzt an dem Wasser Wenn Sie den Wasser hören sehen Sie auf den Boden Blub Oh ich bin so intelligent Was ist mit Hüpfen? An der Wand befindet sich ein Gemälde Stellen Sie sich bitte davor Mhm Das ist Kunst Sie hören jetzt an dem Wasser Wenn Sie den Wasser hören bewundern Sie die Kunst Ja dann bewundern wir mal Mhm Sie sollten sich jetzt mental gestern fühlen Wir sollten die Bewunderung der Kunst intellektuell nicht hinreichend formuliert haben Was der Fall ist Einfach nur schön Gehren Sie jetzt zurück Schlafen Weißer Bildschirm Guten Morgen Ja Habt Ihr das auch gerade gehört? Grusel Hallo Jemand da drin? Ja Hallo Hallo Ich geh einfach mal zur Tür Ah Du siehst furchtbar Furchtbar gut aus Ja Geht's dir gut? Nein beantwortet die Frage nicht Ich bin sicher dir geht's gut Du hast genügend Zeit dich zu erholen Lass es ruhig angehen Bereiten Sie sich auf die Not-Evakuierung vor Bleib ruhig ganz ruhig Vorbereiten mehr sollen wir nicht machen Okay Alles wird gut Nicht bewegen Ich hole uns schon hier raus Oh Du könntest dich aber irgendwo festhalten Nur ein kleiner Tipp Wo können wir uns denn festhalten? Ah Ah Alles klar mit dir da unten? Mh Sehst du mich? Hallo Ja Ja Leider ist es nicht sprachgesteuert Nach ein paar Monaten im Hyperschlaf kommt es bei den meisten Testsubjekten zu kognitiven Einschränkungen Du warst sogar noch ein bisschen länger im Dämmerzustand Daher ist es nicht völlig abwegig, dass bei dir ein leichter Fall eines schwerwiegenden Hirnschadens vorliegt Okay Bleib ganz ruhig Aber wenn du doch beunruhigt bist, dann bleib dabei Das ist die angemessene Reaktion auf die Möglichkeit eines Hirnschadens Übelste Matratzenabdruck Stehst du was ich sage? Ergeben meine Worte für dich irgendeinen Sinn? Jaaa Dann sag einfach ja Okay, das war springen, du bist gesprungen Ist nicht schlimm Sag mal Apfel Apfel Sie wollen mich doch verarschen Okay, das war nah genug dran Weiter so Die Reaktorkernsicherungen sind nicht funktionstüchtig Bereiten Sie sich auf die Kernschmerzen vor Ja, das hört Homer Simpsons täglich Homer Simpsons? Nein, Homer Simpsons Ich kann es dir eigentlich nicht sagen, aber ich stecke hier ganz schön in der Klemme Wie geht's dir da unten? Wie geht's dir da unten? Gibt es nur die Stellung? Die Reserveenergie ist alle Und darum legt das Hyperschlafzentrum kein einziges Testsubjekt mehr auf Warte, das ist ganz schön knifflig Oh Sagt natürlich keiner was Nein, warum auch? Ich bin ja unwichtig Ui Warum sollte man mich auch informieren über den Zustand der 10.000 Testsubjekte, die ich überwachen soll? Tja, das ist eng Siehst du das? Ob ich da durchpasse? Ist kein Platz für mich? Ist kein Platz für mich? Äh, ich muss, ich muss hier erstmal durchkommen Klong Sicher Aber rate mal wer schuld ist, wenn das Management hier runter kommt und 10.000 nutzlose Matschbirnen vorfindet Du Ah, ein kleiner Zusammenstoß Hör zu, wir müssen uns unbedingt absprechen Wenn dich jemand fragt, es wird dich niemand fragen, keine Angst Aber wenn dich jemand fragt, dann sagst du Als du das letzte Mal nachgesehen hast, sahen alle ziemlich lebendig aus, klar? Nichts von wegen Tod und so Okay, wir sind fast da Auf der anderen Seite dieser Wand ist eine alte Teststrecke Da gibt es etwas, das wir für unsere Flucht brauchen Hier ist, glaube ich, eine Undockstation Ja, steht ja auch drauf Au Huch, ich bin ja richtig nach vorne gezogen worden Gute Nachricht, das ist keine Undockstation Das Rätsel wäre also belöst Ich versuche es jetzt manuell Könnte kompliziert werden Hab ein bisschen Geduld Fast geschafft Nochmal Du suchst eine Waffe, die Löcher macht Nicht wie bei Revolverkugeln, sondern Na, du wirst es schon merken Also, schön bei der Sache Ich weiß nicht, was er meint Das hätten wir Das hätten wir Aber jetzt mal ehrlich Du bist geistig nicht fit genug für diesen Spießrutenlauf Aber, ähm Springen kannst du gut Das kann dir schon mal keiner mehr nehmen Du bist ein guter Springer Also, string dich an und wir sehen uns dann oben wieder Dieses Glas wird mich nicht halten Ja Toilettenbonus Hm Auch nun von Umständen Potenziell apokalyptische Ausmaße außerhalb unserer Kontrolle Nennen wir derzeit technische Schwierigkeiten Dank des Notfall-Testprotokolls müssen die Tests jedoch nicht unterbrochen werden Diese aufgezeichneten Nachrichten geben ihren Anweisungen und Motivation So können wir auch in Zeiten sozialer, wirtschaftlicher und struktureller Zusammenbrüche weiterforschen Ui Das Portal wird sich öffnen und die Notfall-Tests beginnen in 3, 2, 1 Dude Oh, und da sehen wir uns sogar zum ersten Mal in diesem Spiel Toll Würfel- und tastenbasierte Tests siefern auch in schrecklichen Notfallsituationen hilfreiche Ergebnisse Haben diese Tests die Notsituation ausgelöst, besteht kein Grund zur Sorge Es ist unwahrscheinlich, dass dies zweimal passiert Zupf Beachten Sie das strahlende Partikelfeld am Ausgab Dieser Aperture Science Emanzipationsgrill vaporisiert unerlaubtes Material, das mit Ihnen unterbrochen kommt Ein Emanzipationsgrill Mhm Interessant Aperture Laboratories Ja, ja Die guten Leuten von Aperture Laboratories Und da lädt es und da ist es schon geladen Das Flüssigkeit Ihren Hals in Aperture Legen Sie sich auf den Rücken und üben Sie Druck auf Ihre Stäten aus Sie erleben lediglich den seltenen Fall, dass der Material im Aperture Schlossgrill die Gehörgänge aus Ihrem Kopf entfernt hat Mhm, lecker Lüt 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 dich Aufgrund der technischen Schwierigkeiten sind Ihre Tests unbeaussichtlich Bevor Sie nach Abschluss der Tests zum Hygerstadtzentrum zurückkehren, schreiten Sie sich Ihre Ergebnisse auf Aperture intelligence wird Sie nach Wiederaufbau der Zivilisation für ein Interview Campus wiederbegeben Ach, die netten Leute von Aperture Laboratories. Ihr könnt den Mauszeiger sehen, oder? Schreibt's in den Kommentaren. Nein, das ist zu sinnlos. Süß. Na bitte, geschafft! Aber hallo. Auf dem Podest, da müsste eine Portalkanone liegen. Ich sehe sie aber nicht. Vielleicht ist sie runtergefallen. Willst du mal schnell nachsehen? Vielleicht ist sie da, wenn ich ganz nah hingehe. Oh. Mist. Hallo? Hallo? Die Portalkanone? Außerdem lebst du noch? Das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Ich glaube schon. Weißt du, was ich mache? Ich gehe einfach mal davon aus, dass du noch nimmst und warte weiter vorne aufstehst. Mhm. Ich warte, ich warte eine Stunde. Dann komme ich zurück. Und wenn sie deine Leiche filmen, nenne ich sie nur gar. Einfach dann? Okay. Also los dann. Wir sehen uns in einer Stunde, hoffe ich. Wenn du mich gut bist. Mhm. Nett. Diese netten Roboter. Hüpf. Einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beitragt und eine Kopie der Horrorgesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Ja. Nett. Oh, dieser ganze Dreck da. Flutsch. Hallo, Ladebildschirm. Hallo. Hallo? Ah. Ich kann es nur betonen, Apache Laboratories. Ist toll. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. Danke. 3, 2, 1. Ich habe doch was Sinnloses gefunden. Mögt ihr Jazzmusik einfach in die Kommentare schreiben? BING! Ja, oder auch nicht. So. Wo sind wir denn? Da. Hui. So, und jetzt haben wir das Würfelchen. So, bei der einen Aufnahme habe ich gesagt, dass ich es das nächste Mal aufs Linke lege. Also. So. Tada. Tada. Oh. Huch. Wo geht's denn hier lang? Ich kann euch sagen, dass auf der linken Wand eine Katze ist. Ich bin so toll, ich kann ihn die Zukunft sehen. Ah, 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 ah. Ja. Bing. Durch den Emanzipationsgrill gelatscht und jetzt erwartet uns wieder der Ladebildschirm, der altbekannte Ladebildschirm, unser Freund. Aperture Laboratories. Immer noch. Ja, ich finde, das hat schon sowas von Walkthrough, dieses Let's Play. Und dann geht's weiter. Praktisch. Bing. So, jetzt schauen wir doch mal, wie geht das denn hier? Ähm. So, jetzt bin ich zum ersten Mal aufgeschmissen. Wenn ich nur schnell genug wäre. Das Problem ist allerdings, dass da so ein Teil ist. So, und da ist ein Knöpp hier, drücke Knöpp hier. Praktisch. So, und was machen wir denn jetzt mit dem Teil? Was kommt hier hin? So. So. Hm, hm, hm. So, jetzt ist er aber schnell hier. Boing, boing. Ha. Ich bin so klug. Ja. Okay, ich merke schon, ihr nehmt es mir nicht ab. Sehr gut. Das Entwicklung Center weiß darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Ja. Die Wandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,12V aktiv. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.